Rodriguez, siehst du das da drüben? Das ist offenbar irgendeine Forschungseinrichtung. Das ist der Stachelrochen, eine Forschungsstation. Die haben mit dem Wetter und mit Elektrizität experimentiert. Eine verrückte Waffe, die Blitze abfeuert. Damit wir uns richtig verstehen. Du baust mir ein Boot? Ich rette Medici? Und dafür kriege ich eine Blitzwaffe? Mit der Dron大哥 keinen Dron. Lied und dieren. WDR 2 WDR 2 WDR 3 WDR 4 WDR 3 Untertitelung des ZDF, 2020